Guten Tag, liebe Hörer. Wir haben Sonntag, den 16. Juli 2023. Die Erde kocht, die Erde brodelt. In der Nähe des Erdkerns werden auch heute wieder Temperaturen von über 6000 Grad Celsius erwartet, weshalb der Lauterbachsche Hitzeschutzplan noch deutlich verschärft werden muss. Mehr dazu gibt es sicher gleich in unserer Sonntagsrunde. Und jetzt kommt erst mal die Werbung. Sie handelt passenderweise vom Wasser, denn finanziert wird diese Sendung von dem Ingenieur und Anlagenbauer Bernhard Zimmermann. Er ist spezialisiert auf Membranfiltrationsanlagen, mit denen nicht nur sauberes, sondern reines Wasser gewonnen wird. Also zum Beispiel vollentsalztes Wasser für Dampfkessel und andere Industrieanlagen. Bernhard Zimmermann hat 25 Jahre Erfahrung in der Branche und ist weltweit tätig als Anlagenbauer und Inbetriebnehmer. Also, wenn Ihnen Umkehrosmose, Nanofiltration oder Ultrafiltration etwas sagen, dann haben Sie hier einen Experten, der mit Rat und Tat zur Seite steht. Und Sie finden seine Webseite unter www.permeat.net. Ob chemische Industrie, Kraftwerke, Lebensmittelindustrie, Entsorgungsbetriebe, Autozulieferer, überall, wo es auch um die Wasserqualität geht, ist Bernhard Zimmermann der richtige Ansprechpartner. Und ich nenne nochmal die Internetadresse www.permeat.net. Und damit ein herzliches Willkommen dem Philosophen und Kolumnisten der Berliner Zeitung, aber auch des Freitags und von Deutschlandfunk Kultur, Dr. Michael Andrick, der heute zum ersten Mal in der Sonntagsrunde dabei ist, zusammen mit zwei regelmäßigen Gästen, nämlich den Journalisten Wolfgang Keudel und Roland Tichy. Und damit uns gleich richtig warm wird, lese ich einen Tweet von Karl Lauterbach vor. Der deutsche Gesundheitsminister macht seit Donnerstag Urlaub in der Toskana und hat festgestellt, dass es dort Mitte Juli heiß ist. Und jetzt wörtlich. Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. Ich höre schon lautes Lachen. Frage an Michael Andrick. Was überwiegt bei Ihnen? Mitleid oder Ärger? Ja, erst mal humoristisch wertvoll. Das kannte ich gar nicht. Jetzt gibt es aber noch eine Medienpointe in Sachen Hitzewelle. Und zwar, die Quelle dieses Hypes ist nämlich die ESA, die Europäische Raumfahrtbehörde. Die hat eine Meldung über zu erwartende 48 Grad auf Sizilien und Sardinien rausgeblasen. Diese Meldung wurde dann durch alle Medien von Tagesschau bis Spiegel püriert. Nur, es war nicht die Lufttemperatur gemeint, sondern die Bodentemperatur. Also bitte, wer schon mal barfuß gelaufen ist, der weiß, dass der Boden sehr viel heißer sein kann als die Luft. Roland Tichy, was kommt als nächstes? Autoinnentemperatur oder Herdplattentemperatur? Das weiß ich natürlich nicht. Ich komme gerade aus Apulien. Das ist unten, wo der italienische Stiefel seinen Absatz hat. Und da war es richtig schön warm. So 35 Grad. Herrlich. Kein Mensch hat sich darüber aufgeregt. Und wenn man da im Schatten saß mit einem Glas Weißwein oder auch einem Glas Wasser und die Nachrichten vom Deutschen Hitzeschutzplan gehört hat, dachte man sich, die müssen da nördlich des Brenners irgendwo eine Waffel weg haben am Kopf. Also sowas Dummes, wie Herr Lauterbach, der erzählt, gibt es gar nicht. Das ist übrigens in Apulien gibt es eine Sorge. Es war zu kühl im Frühjahr. Es war ein bisschen regnerisch. Der Wein hat nicht diese Qualität in früheren Jahren, weil eben zu viel Wasser da runterregend. Es ist herrlich. Also man merkt aber zwei Dinge. Deutschland begibt sich wieder auf den Weltverbesserungstrip. Beim Gardasee zum Beispiel gibt es kaum Touristen. Die Deutschen glauben, dass der Gardasee ausgetrocknet ist. Der hat eine Wassertiefe von 561 Metern. Aber sie kommen nicht mehr. Viele Italiener sind sauer, weil sie sich wie immer von den Deutschen natürlich ein bisschen terrorisiert fühlen. Und bei dem ganzen Schmäh merkt man, den Mainstream-Medien kann man sowieso nicht trauen. Aber dass sie jetzt auch noch den Wetterbericht fälschen, das gab es nicht mal. Im Dritten Reich oder in der DDR. In Frankfurt soll es heute auch 35 Grad haben. Ich habe gerade geguckt, es sind ungefähr 24. Also die spinnen. Es ist ja irre, dass das immer noch funktioniert. Nicht wahr, Wolfgang Keudel? Also vor allem auch, dass die Wissenschaft mitmacht. Denn das geht ja aus von der Europäischen Raumfahrtagentur. Die hat das zusammen mit der Helmholtz-Klimainitiative ausgeheckt und rausgeblasen. Der Physiker und Physiologe Hermann von Helmholtz wird sich im Grabe rumdrehen. Aber diese Helmholtz-Gesellschaften in Deutschland, das ist ja ein Riesending. 5,8 Milliarden Jahresbudget habe ich nachgelesen. Das ist immer noch weniger als der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Kann man satirisch dazusetzen. Aber ich finde es schon erstaunlich, dass es klappt. Erstmal möchte ich noch kurz eine kleine Lanze, also mal einen Zahnstocher brechen für Karl Lauterbach. Sie haben vergessen, seinen Tweet vom nächsten Tag vorzulesen. Denn da hat er sich offensichtlich relativ schnell akklimatisiert. Da hat er nämlich geschrieben, Urlaub hat begonnen, ein Segen. Also früher nannte man das einfach Sommer. Und können wir uns alle noch erinnern an das Frühjahr, als man uns einen Dürresommer prophezeit hat? Oh ja. Also mit brennenden Wäldern, leeren Flussbetten, Stauseen, die also unter jeder Marke sind. Und nun dummerweise hat sich das Wetter nicht daran gehalten. Das war einer der fregnerischsten Junis, die es gab. Und nun haben wir endlich mal drei, vier Tage normale Sommertemperaturen. Und natürlich muss man sich da drauf stürzen. Und das Ausschlachten ist zum Anschlag. Das ist ja der ganze Hintergrund dieser Geschichte. Und was diese Institute betrifft, da gilt halt leider eben auch, wer es beordentlich ist, das Lied ich singe. Und die werden doch keine Studien herausgeben oder erarbeiten, die das Gegenteil von dem sagen, was der Auftraggeber erwartet. Michael Andrick, lassen wir jetzt mal die Hitze beiseite und wenden uns anderen Brennpunkten zu. NATO-Gipfel in Vilnius. In der litauischen Hauptstadt hat ein Spitzentreffen der NATO-Mitgliedsstaaten stattgefunden. In der Presse habe ich gelesen, Biden hat alles bekommen, was er wollte. Ist das so? Das sieht für mich so aus. Ich finde, wenn man ein paar Schritte zurück macht von dem Geschehen, dann ist das schon sehr erstaunlich. Also wir haben hier ein Treffen eines Militärbündnisses, was 31 Staaten umfasst. Wir haben in der Welt, wenn ich richtig informiert bin, 193 Staaten. Das heißt also 84 Prozent der Staaten der Welt sind überhaupt keine NATO-Mitglieder. Und doch kann man, wenn man die Berichterstattung und nicht nur in den Leitmedien, auch in anderen Medien verfolgt, dann kann man den Eindruck bekommen, dass hier gewissermaßen in der nordatlantischen Internetblase der gute Westen ein System aufbaut, um sich vor dem bösen Osten zu schützen. Das ist also ein so eigenartiges und so surreales Narrativ, wenn man sich überlegt, was gerade in den BRICS-Staaten vor sich geht, die über die Gründung einer eigenen Währung nachdenken, die einen viel größeren Teil der Weltgesellschaft repräsentieren als die NATO-Staaten, dann ist es erstmal in sich ein ziemlich abstruser Vorgang, über den ich mich tatsächlich nur wundern kann. In einer Zeit, wo sich erkennbar eine multipolare Weltordnung herausbildet. Und meine Hoffnung ist, dass es nicht zu einer voll ausgebauten Blockkonfrontation kommt. Neben all den hässlichen Details, über die wir natürlich auch noch sprechen müssen. Also Stichwort Streumunition, Stichwort die völlig verwirrten Äußerungen, die wir gehört haben von Spitzenpolitikern darüber, warum die dann doch tolerabel sein soll und so weiter. Also eines der wesentlichen Themen war ja auch der Beitritt Schwedens, der jetzt stattfindet. Und die Türkei hat sich lange dagegen gestemmt, hat aber jetzt nachgegeben. Erdogan hat eingelenkt. Und ja, jetzt stellen sich doch ein paar Fragen zur Motivation dahinter und dem ganzen geopolitischen Mechanismus. Wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es eine Menge russischer Waren, die in die EU importiert werden auf dem Umweg über die Türkei. Und das weiß man. Und die USA lassen das geschehen. Jetzt könnte man ja mutmaßen, dass Erdogan da so ein bisschen Liebkind machen wollte, einfach damit das so weitergehen kann mit diesem Weißwaschen der Waren. Ist das eine zutreffende Vermutung, Wolfgang Greudel? Die Vermutung trifft sicher zu, also über die Türkei. Aber ob das jetzt etwas damit zu tun hatte, dass Erdogan eingelenkt hat, weiß ich nicht. Erdogan wusste von Anfang an, dass er auf Dauer das nicht aufhalten kann. Und er hat eben den Preis hochgetrieben. Erdogan ist in erster Linie ein türkischer Nationalist, ein türkischer Politiker, der genau weiß, wo auf der Landkarte sein Land liegt. Und das ist eben eine Prime Location. Ein bisschen schwierig, aber er ist halt an einer Schlüsselstelle zwischen Balkan, Kaukasus, Schwarzes Meer, Nahe Osten. Und diese Trumpfkarte setzt er eben ein im Interesse der Türkei. Das ist etwas, was unsere Medien ja auch nicht haben. Hier sagen, Erdogan macht das für sich. Er macht Politik für die Türkei. Also insofern ist es keine Überraschung, dass er da zugestimmt hat. Er kann immer noch ein bisschen zögern. Denn er hat ja gesagt, ich werde das dem Parlament, diesen Antrag, so schnell wie möglich vorlegen. Also wird er auch noch ein bisschen abwarten können, ob die andere Seite ihre Preise einhalten will. Es sind vermutlich diese Kampfjets, die F-16, die die Türkei übrigens schon längst bezahlt hat. Also das muss man ja auch dazu sagen. Die haben das bezahlt und die werden nicht ausgeliefert. Es hängt an dem Mr. Menendez, diesem einen Senator, der mit einer Armenierin verheiratet ist. Also Weltpolitik reduziert sich ja auch doch sehr oft auf sehr familiäre Hintergründe. Und der hält das eben auf, weil ihm natürlich auch seine Frau im Nacken sitzt. Und das andere Zugeständnis ist wahrscheinlich die Visa-Befreiung für Türken, die man der Türkei auch schon seit Jahren versprochen und immer wieder hinausgezögert hat. Damit könnte er absolut punkten in der Türkei, denn das ist ein ganz, ganz großes Thema unter Türken. Warum können alle Europäer zu uns nach Antalya, nach Istanbul fahren ohne Visum? Aber wir müssen ein Visum beantragen. Das wäre der Gewinn für ihn. Kurz zu dem Gipfel in Vilnius, was mir aufgefallen ist und was eigentlich gar nicht richtig thematisiert wurde. Man hatte dem Erdogan ja auch vorher schon gesagt, als er da vor dem Abflug gesagt hat, ich verknüpfe unseren EU-Beitritt mit Schwedens NATO-Beitritt. Und dann hat man dem kleinen Dummerchen gesagt, hat doch gar nichts miteinander zu tun. Dann frage ich mich aber, was Frau von der Leyen und Herr Michel auf dem NATO-Gipfel verloren haben, wenn das überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Also hatten wir die EU zusammen mit der NATO und Wunder über Wunder, die Japaner waren auch dabei. Und dann hatte man auch die G7. Also man hatte dann die drei großen, multinationalen, wirtschaftlich starken Organisationen, wozu zwei von den USA kontrolliert werden, an einem Ort und haben dann also so zusammen eine Art Weltregierung gespielt. Das passt ja aber auch ganz gut zu dem theoretischen Umfang dessen, was auf diesem NATO-Gipfel verhandelt worden ist. Also im Hintergrund stehen hier ja, wenn man sich etwas schlau liest darüber im Detail, 4000 Seiten operative Kriegsplanungen aufgeteilt in drei Regionen mit ihren jeweiligen Hauptquartieren, die sozusagen den ganzen NATO-Kosmos beschreiben und auch fast alle Bundeswehrkapazitäten einbeziehen. Fast die gesamten Fähigkeiten der Bundeswehr sind auch in diese Planung einbezogen. Und es gibt einen massiven Aufrüstungsplan, der auch einen offiziellen Status gewonnen hat. Das heißt, das passt schon, dass bei dieser Gelegenheit dann die gesamte Koalition der sogenannten regelbasierten Weltordnung präsent ist. Oder finden Sie nicht? Roland Dichy? Naja, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen zurückblättern. Bis zum Februar jenen Jahres, in dem Putin Ukraine überfallen hat. Bis dahin galt ja die NATO als hirnlos und die EU existierte, klar. Aber die G7 waren lächerlich. Und es ist natürlich jetzt genau das eingetreten, was damals relativ leicht zu besichtigen war, dass der sogenannte Westen eben nicht auseinandergebröckelt ist, sondern sich formiert hat. Andere formieren sich auch. China formiert sich mit seinen Partnern. Die BRIC-Staaten formieren sich. Das haben Sie völlig richtig gesehen. Aber das zeigt eben, dass hier eine neue Weltordnung entsteht. Aus dem Zustand von vorher wird jetzt ein zementiertes System. Und die Türkei hat sich eben auch überlegt, wo sie für sich mehr herausholt. Das ist ja auch völlig legitim, dass Erdogan türkische Interessen vertritt und nicht Deutsche ist für einen deutschen Politiker natürlich höchst ungewöhnlich. Die vertreten ja immer planetarische Interessen. Normalerweise vertreten Staaten ihre eigenen. Also hier gibt es eben in der Tat eine Formierung. Und dieser Prozess wird weitergehen. Und ob der wirklich friedenssichernd ist, weiß ich nicht. Und das ist das Hauptergebnis. Ja genau, ich wollte mal einladen, das aus deutscher Perspektive zu betrachten. Wir haben ja heute eine relativ deutsche Runde in unserem Sender. Aber tatsächlich kann man sich ja fragen, wird die Bundesrepublik dadurch zum Aufmarschgebiet der NATO? Ist sie doch. Ich meine, Entschuldigung, was war sie denn immer? Also natürlich war das immer der Frontstaat. Und der Prozess in der Ukraine hat das wiederhergestellt, was vorher eben auch der Fall war. Das ist eine Art Blockkonfrontation. Es sind jetzt noch ein paar dabei und dann zieht die Polen dazwischen. Aber im Prinzip ist es doch genau wieder das Aufmarschgebiet. Das ist der Konflikt. Und wenn man sich anschaut, wie sich ein atomarer Konflikt hochschaukeln kann, dann fängt das mit irgendeinem Versehen vielleicht an oder mit einem Warnschuss. Und die nächste Stufe wäre dann, dass Russland amerikanische Militärbasen atomar bombardiert. Und wie der Zufall es will, gibt es in keinem anderen Land so viele wie in Deutschland. Also von Rammstein runter bis ins Allgäu und rüber bis nach Grafenwöhr wäre so ziemlich alles kaputt oder verstrahlt. Die zweitmeisten Basen in Europa gibt es in Italien. Es ist schon interessant, dass die beiden Kriegsgegner da so reichlich bedacht wurden. In Asien ist es übrigens Japan mit den meisten amerikanischen Basen. Also das heißt, schon allein die erste Welle würde Deutschland verheeren und nicht Spanien und nicht Frankreich und nicht Skandinavien. Also allein nur, wenn man eben sich diese Szenarien, die die Militärs aufstellen, wie das abläuft, anguckt, ist es absolut klar, dass Deutschland das nicht mehr Aufmarschgebiet ist. Da wird nichts marschiert, aber das Gebiet ist, das als erstes drankommt. Also ich weiß nicht, ob ich gleich vom Atomschlag reden würde, aber zunächst einmal festzuhalten, dass Putins Strategie, den Westen auseinander zu dividieren, nicht geklappt hat, sondern im Gegenteil, dass da jetzt wirklich die Reihen festgeschlossen werden, ob einem das gefällt oder nicht gefällt. Ist eigentlich kontraproduktiv. Das Zweite, was man sieht, es geht längst nicht mehr um die Ukraine, denn die Entscheidungen zur Hilfe für die Ukraine sind ja eher mager ausgefallen, wenn man Herrn Selensky folgt. Das ist jetzt hier so ein Brennpunkt, von dem man glaubt, dass man ihn wohl ein bisschen eingegrenzt hat. Also die Ukrainer kommen nicht so richtig vorwärts, die Russen sind auch nicht so richtig mehr vorwärts gekommen und man liefert offensichtlich so viel hin, dass dieses Pat sich einigermaßen beruhigt und keine der Parteien der anderen triumphal überlegen ist, auch die Ukraine nicht, die ja sehr viel mehr Forderungen gestellt hatte, die sie nicht erfüllt gekriegt hat. Also dieses Ding köchelt so dahin an den jeweiligen jetzt bestehenden Fronten. Da gibt es vielleicht ein paar Verschiebungen. Das kann schon sein. Das ist der Konfliktherd, den beide Seiten jetzt aufrechterhalten. Wahrscheinlich auch deswegen, um eben die Reihen dicht geschlossen zu halten. So sehe ich das. Michael Andrick. Ich denke, Herr Tichy, wichtig ist aber auch nicht zu vergessen, dass diese Blockformierung, das Schließen der Reihen, ja doch schon früher begonnen hat, als im Februar letzten Jahres mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Denn wir haben ja schon 2014 einen Putsch, von dem wir heute wissen, dass die Amerikaner dort heftig involviert waren. Also Victoria Nuland hat ja ganz offen ausgeführt, dass man da im Vorfeld 5 Milliarden Dollar investiert hat. In was genau, hat sie ja nicht gesagt. Aber es gibt ja das abgehörte Telefonat zwischen ihr und dem dortigen amerikanischen Botschafter, wo festgelegt wird, dass Yasenjuk der neue Premierminister wird. Das heißt also, wir haben schon seit geraumer Zeit in der Ukraine ein planmäßiges Vorgehen mit immer dichterer Ausbildung des Militärs, immer dichteren Militärübungen dort auch. Sodass es, denke ich, wichtig ist, ich stimme Ihnen zu, das ist in einem großen geopolitischen Zusammenhang zu sehen. Aber ganz sicherlich hat das Schließen der Reihen in der nordatlantischen Organisation nicht erst begonnen mit dem Einmarsch Russlands. Wolfgang Keudel? Ich bin mir auch nicht so sicher, ob die Reihen nach wie vor so fest geschlossen sind. In Vilnius hat man ja schon gesehen, wo die Trennlinie durchgeht. Die Balten, die Osteuropäer, die sehr sauer darüber waren, dass Biden und vermutlich auch Scholz die Ukraine mit ihren NATO-Begehren wieder im Regen hat stehen lassen. Das kocht. Und auch die Briten sind eher für einen Beitritt der Ukraine in die NATO. Also da hat es hinter den Kulissen ordentlich gefunkt. Auch gefunkt hat es, und das wurde ja dann überhaupt nicht mehr thematisiert, mit der Lieferung der Streumunition, wo ja sogar der Kommandeur der deutschen Hüpfburgpanzer, Anton Hofreiter, dagegen war. Es gibt Risse in diesem Bündnis. Es gibt offensichtlich, das hat man auch aus Bemerkungen entnehmen können, etwa von Ben Wallace, dem britischen Verteidigungsminister, der ja gesagt hat, wir sind nicht Amazon, Herr Zelensky, und ein bisschen Dankbarkeit wäre gut, der darauf hingewiesen hat, dass es halt immer knapper wird, dass westliche NATO-Staaten ihre eigenen Arsenale lehren. Die EU muss einen Nachtragshaushalt finanzieren, wegen der Ukraine. Also quasi Herr Lindner schlägt praktisch die Kriegsanleihen für die Ukraine vor. Und das dringt auch langsam durch in Regierungen von einigen Staaten, die sagen, wie sollen wir unseren eigenen Leuten erklären, dass wir uns unsere Sozialabgaben, unsere Renten irgendwann nicht mehr leisten können, weil wir einen Krieg finanzieren müssen. Also das Interesse. Aber das ist doch klar. Ich meine, die NATO funktioniert eben nicht auf Pfiff wie ein deutscher Schäferhund, sondern die Reihen sind eben dichter geschlossen worden. Aber klar ist, da wollen einige noch mehr. Ob das noch mehr kommt oder nicht kommt, wird sich in der nächsten Zeit zeigen. Aber das bedeutet, dass die Risse nur die Risse um noch mehr Dichtheit gehen. Es geht jetzt nicht, dass die Risse die NATO sprechen, sondern die wollen halt noch mehr. Ob das geht, weiß ich nicht. Sie haben ja zu Recht gesagt, dass ein paar nicht so viel Kohle ins Feuer schütten wollen, wie die Osteuropäer. Aber das ist kein gutes Zeichen. Zum Beispiel insbesondere für die EU, die Risse zwischen Osteuropa und Westeuropa reißen immer weiter auf. Nicht nur in der militärischen Frage, sondern eben auch bei der Frage der Migration und des Verhältnisses zu Brüssel. Natürlich wollen die Osteuropäer noch mehr. Und Polen ist der neue Flugzeugträger der USA. So simpel ist das. Und mal gucken, ist nicht gemütlich für Deutschland. Also ohne diese Sprachspiele, um Risse und Dichtungen jetzt weiterführen zu wollen, wahrnehmbar ist ja, dass die USA offenbar, Sie hatten es ja auch selber gesagt, dass die Hilfe so mager ausgefallen ist da in Vilnius, dass die USA sich doch allmählich zurückziehen. Ist diese Wahrnehmung richtig? Und was ist der Grund dafür? Ich glaube nicht, dass sie sich zurückziehen, sondern sie halten den Konflikt am Köcheln, ohne Herrn Selensky so auszustatten, dass er gewissermaßen jetzt durchmarschieren kann, jedenfalls mindestens bis auf die Krim. Aber warum? Hat das innenpolitische Gründe in Amerika? Naja, vielleicht fürchten sich auch ein paar vor den Ukrainern ein. Ich stelle mir mal vor, man stattet die so aus, dass sie diesen Krieg gewinnen. Dann steht da plötzlich im Osten Europas eine hochgerüstete Armee. Sollen wir uns das wirklich wünschen? Das ist doch das Spiel der Mächte, dass sie solche Gleichgewichtssituationen am Köcheln halten, weil es Spielraum gibt. Und vielleicht wird aufgrund dieses Gleichgewichtszustand jetzt auch ein bisschen verhandelt. Man wollte vielleicht die Russen das nicht noch mehr provozieren, sondern man zeigt, wir frieren den Konflikt heiß ein, was ein Widerspruch im Wortbild ist. Aber vielleicht ganz deutlich, die führen da ihren Krieg. Keiner kann daran Interesse haben, das weiter so fortzuführen. Auch nicht die Russen, die ja auch erheblich an Menschen und Ressourcen gerade verlieren. Also hier ist eine wirklich wunde Stelle am östlichen Rand Europas, die von den Amerikanern bespielt werden kann. Und wir schauen zu. Okay, Michael Andrick, noch ein Wort dazu. Also einmal, Herr Tichy, glaube ich nicht, dass es ein realistisches Szenario sein kann, dass ein Staat, der ein 28. so groß ist wie Russland, der ein Drittel der Bevölkerung hat und von den Rohstoffreserven überhaupt gar nicht vergleichbar ist, hier mit Maximalforderungen in Anführungsstrichen diesen Krieg gewinnt, was immer das heißt, bei den zehntausenden Toten und der Verwüstung des Landes. Nein, ich denke, was man hier sieht und deswegen müssen wir da nachdrücklich auf Friedensverhandlungen jetzt hinauslaufen. Was man da sieht, ist der Endpunkt einer seit langer, langer Zeit bestehenden geostrategischen Grundorientierung der USA. Das hat auch Brzezinski in seinem Buch The Grand Chessport ja alles beschrieben in den 90er Jahren. Nämlich, dass es nicht im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika liegt, dass es eine friedliche und eine wirtschaftlich eng langverbundene Koexistenz des russisch-asiatischen Raums mit Mitteleuropa gibt. Und das ist deswegen ein Interesse, Herr Tichy, es gibt ein Interesse an der Blockbildung in der Ukraine. Die Ukraine ist gewissermaßen das strategische Vorfeld, man könnte sagen, das Entfernungsreservoir bis Moskau, in dem Moskau bisher Bedrohungen aus dem Westen, die so alle 100 Jahre passieren, alle 100 Jahre marschiert jemand nach Moskau und verendet letztlich mit seinen Armeen in den Weiten dieses Landes, wo also Russland massiv an Sicherheitsgefühl eingebüßt hat, weil die Ukraine mehr und mehr unter westlichen Einfluss geriet. Und ich sehe tatsächlich hier als einzigen Ausweg möglichst baldige Verhandlungen, die nicht mit Maximalforderungen eingegangen werden. Und eine Sache möchte ich noch sagen, wir haben manchmal ein bisschen mit leichter Rhetorik auch über dieses schwierige Thema gesprochen. Was mir noch am Herzen liegt dabei, die Streubomben-Diskussion. Ich habe meinen Bundespräsidenten sagen hören, wir dürfen den Amerikanern nicht in den Arm fallen. Bei einem Vertrag, den er selber unterzeichnet hat, also den Vertrag zur Ächtung von Streumunition. Da muss man sich ja nochmal klar machen, warum ist denn das geächtet? Weil das im Grunde Blechcontainer sind, die von Kampfflugzeugen abgeworfen werden, die tausende von kleinen Bomben enthalten, von denen nur ein Teil überhaupt explodiert und die sich über eine gewaltige Fläche ausbreiten. Und nach dem Krieg in drei Jahren spielen Kinder damit und fliegen in die Luft. Und da sagt mein Bundespräsident, ich habe zwar diesen Vertrag ratifiziert, deswegen bin ich wohl befangen in der Frage. Also eine völlig absurde Argumentation. Nach dieser Argumentation könnte Herr Lukaschenko in Weißrussland sagen, naja, Herr Putin befiehlt den Einsatz eines Atomsprengkopfes, den er bei mir in Weißrussland stationiert hat. Ja, also da darf ich ihm jetzt nicht in den Arm fallen oder was? Also das ist eine solche Absurdität gewinnt, was mein eigenes Staatsoberhaupt zu diesem tragischen Konflikt sagt und dann auch noch sekundiert von Frau Lembke. Frau Lembke bei Markus Lanz sagt, man darf das nicht moralisch richten, dass die USA jetzt Streumunition, doch das darf man moralisch richten und das muss man sogar moralisch richten. Da bin ich ja nicht anderer Meinung als Sie und meine Meinung über Steinmeier will ich jetzt auch nicht nochmal zum Besten geben, sondern es geht jetzt um die geostrategische Bedeutung und da stimmen Sie mir ja letztlich zu, dass ich sage, die Ukraine ist so eine Art Opfer, denn dieses Land ist ein Opfer, das zwischen die Mühlsteine geraten ist, auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite die NATO und sie bestätigen ja auch, dass die Fronten innerhalb der NATO geschlossen werden, indem man Steinmeier dazu bringt, solche Sachen zu sagen. Friedensverhandlungen, da bin ich ja dafür, aber sie werden auf dieser Ebene wahrscheinlich geführt werden, indem man sagt, keine Seite kann siegen und dann macht er irgendwo einen Korridor im Osten der Ukraine und auf der einen Seite ist dann eben die russische Armee mit ihren Atombomben, deren Bedrohung sie ja ausgemalt hat und auf der anderen Seite ist NATO-Terrain und da ist dann der neue Zaun quer durch Europa, wo der genau verläuft, darüber mag ich mich nicht äußern. Und die Integration der Wirtschaftsräume, das dürfen wir auch nicht vergessen, also die Integration Europas in einen noch enger amerikanisch dominierten Wirtschaftsraum, wo sich die Gewichte und auch der Wohlstand in Richtung USA verschieben, das sehen wir jetzt auch schon, das ist auch Teil dessen, was wir gerade begleiten können. Okay, wir waren vom NATO-Gipfel in Vilnius ausgegangen, ich würde jetzt dieses Kapitel gern abschließen, vielleicht nur ein Wort noch dazu, weil Herr Geudel vorhin ja gesagt hat, was macht eigentlich die von der Leyen dort auf diesem Gipfel? Man könnte natürlich auch sagen, ja, die hat sich jetzt beworben, die soll ja NATO-Generalsekretär in werden und eine Frage möchte ich trotzdem noch in die Runde werfen, nämlich, was halten Sie von dieser Personalie? Das ist doch die Bedrohung für Europa. Was wir doch in den letzten Jahren erlebt haben, ist ein Aushebeln der nationalstaatlichen Souveränität in einer ungeheuren Art und Weise. Die Staaten der Europäischen Union haben sich durch ihre Souveränität abkaufen lassen unter der Regierungsphase oder der Kommissionspräsidentschaft von von der Leyen. Brüssel regiert bis ins kleinste Detail, schreibt vor, wie viel Landwirtschaft wir betreiben, schreibt vor, welche Motoren wir bauen, schreibt vor, wie viel Steuern wir erheben dürfen, geht ja mittlerweile so tief, ich meine, diese Quatschbude da in Berlin, die kann man jetzt wirklich abschaffen, nachdem sowieso alles die EU und ihr Pseudoparlament entscheidet. Und das ist doch jetzt der Zug und das hat sie jetzt verwirklicht und jetzt wird sie eben dann über die NATO die wirtschaftliche und politische Entmündigung der Bürger durch militärische Kompetenz und durch militärische Maßnahmen verfestigen. Dann sind wir eben ein abhängiger Staat, der Tribut leistet und das tun muss, was diese Machtzusammenballung in Brüssel, wo ja auch das NATO-Headquarter liegt, vollzieht. Ich denke, Herr Tichy, dass Sie da vielleicht mit Bezug auf Frau von der Leyen zu viel Logik und zu viel Konsequenz sehen. Ich sehe eigentlich eher eine Parallele in dieser Personaldiskussion. Wann ist sie denn von der Bundeswehr weggelobt worden? Das war doch, wenn ich mich recht erinnere, der Zeitpunkt, wo offensichtlich war, dass es dort höchst fragwürdige Verknüpfungen gibt zwischen der Bundeswehr und externen Beratungsunternehmen, bei denen dann auch noch Verwandte von Frau von der Leyen eine Rolle spielen. Und nun haben wir ja die Situation gehabt, wo Frau von der Leyen im Rahmen der Corona-Pandemie ungeheure Steuergelder mobilisiert hat und mit SMS in die Industrie verteilt hat. Und auch dafür ist sie ja nun juristisch unter Druck. Vielleicht ist dieses eher das Muster, also dass man sie als zuverlässige Funktionärin nun aus der Schusslinie befördern will. Generalsekretärin der NATO-Wähl ist sicherlich nicht aus der Schusslinie, sondern würden sich völlig neue Geschäftsfelder öffnen, die man sicher großartig beackern könnte. Und SMS können dann noch mit viel größeren Summen verbunden werden. Da musste man sich ja noch bemühen mit diesem komischen Impfstoff. Man könnte sie ja auch in Urlaub schicken, wenn sie das meinen. Oder man könnte es auch in die Altersteilzeit schicken, wenn sie meinen, dass man sie einfach nicht mehr erträgt. Wolfgang Keudel. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal an Jean-Claude Juncker zurücksehnen würde. Er hat wenigstens den Amerikanern auch mal widersprochen, was von der Leyen überhaupt nicht tut. Diese Frau hat hohe kriminelle Energie, sei es als Verteidigungsministerin, sei es mit den Pfizer-Deals. Und es ist eigentlich nicht die ganze EU, sondern speziell die von ihr geführte Kommission, die sich immer mehr Vollmachten anmaßt, die ihr nicht zustehen, und niemand fällt ihr in den Arm. Also es ist die von ihr geführte Kommission. Was mich auch erstaunt, als diese Kommission antrat, dann hieß es, oh, sie hat ganz starke Vizepräsidenten, Margarete Westager und Franz Timmermans. Die waren ja auch potenzielle Kommissionspräsidenten. Die hat sie alle flach gemacht. Kennt irgendjemand einen anderen EU-Kommissar? Bei Juncker kannte man noch einige. Es gibt nur noch sie. Und irgendwo nötigt sie mir Bewunderung ab, wie diese Frau das geschafft hat. Es gab ja schon durchaus die Auftritte von Frau Westager, wo sie durchaus im Sinne der europäischen Konsumenten jedenfalls hohe Strafen... Das war unter der vorherigen Kommission. Da haben Sie recht. In dieser Kommission nicht mehr. Also, gesucht wird ein Job für abgehalfterte CDU-Politikerin mit hoher krimineller Energie und großem, wie hat Wolfgang Keudel gesagt, Anmaßungspotenzial. Bleiben wir bei der CDU und bleiben wir bei Personalien. Da gibt es ja nun auch etwas Interessantes, denn am Mittwoch wurde bekannt, dass Friedrich Merz seinen Generalsekretär ausgewechselt hat. Mario Czajow ist es nicht mehr, jetzt wird es Karsten Linnemann. Was sind die Gründe für diesen Wechsel? Roland Tichy. Er ist ja erkennbar, dass die CDU unter Druck kommt, weil sie sich darauf spezialisiert hat, der Regierung zuzustimmen, statt Oppositionsarbeit zu leisten. Die Menschen laufen zur AfD über, die er halbieren wollte. Er hat sich verdoppelt. Also, irgendwann gibt es halt Restbestände von Demokratie und von Duldsamkeit der Bevölkerung und da ist wohl jetzt die Grenze erreicht. Karsten Linnemann ist ein kluger, eher konservativer Mann und er kann versuchen, die CDU wieder zum Jagen zu tragen. Ob das gelingt mit so einem Wackelparteivorsitzenden wie Merz, habe ich so meine Zweifel, aber vielleicht stärkt er ihm ja den Rücken und vielleicht ist es der Beginn einer politischen Wende der CDU, ob man es ihr noch abnimmt, nachdem sie das ganze Desaster ja kräftig mit angerührt und die Suppe gesalzen hat, das weiß ich nicht, denn die Fehler der Politik von der Migration bis zur Energiepolitik sind ja made by CDU und sie müsste endlich die Kraft haben, sich von dieser Merkel-Ideologie und der Merkel-Bande zu trennen und das Linnemannschaft weiß ich nicht. Ich bin eine aufgewachsen, so wie Sie, für uns waren Generalsekretäre von Parteien die Kampfhunde, also Edmund Stoiber oder Heiner Geißler oder auch bei der SPD, das waren die, die hat man von der Leine gelassen, die haben die Zähne gefletscht und die haben auch mal in die Waden gebissen. Das war Csaja nie, das ist auch Linnemann nicht und darum glaube ich, also vielleicht hat sich auch das ganze Bild des Generalsekretärs geändert, aber das ist ja auch nicht. Ich glaube, das Problem von Merz und auch Linnemann, der ja ähnlich ist wie er, nehmen Sie jemanden wie Hendrik Wüst, der steht für eine Politik, auch wenn sie uns vielleicht nicht gefällt, der steht für eine Fortsetzung der nach wie vor von vielen Deutschen positiv in Erinnerung gehaltener Merkel-Politik, der steht für eine Öffnung zu den Grünen. Es gibt keinen Zweifel daran, seine jüngsten Vorschläge da, wo er die Abschiebepraxis wieder aufgeweicht hat, sprechen ja auch dafür. Der steht für etwas. Wofür steht Merz? Wofür steht Linnemann? Einmal ist er gegen die Paschas, ein andermal ist er wieder dafür. Also er ist für nichts und das ist das Problem und das wird er auch mit diesem Generalsekretär Linnemann nicht lösen können. Ich habe neulich mal in einer Kolumne die steile These aufgestellt, etwas provokant und satirisch, dass wir eigentlich eine Einheitspartei in Deutschland sehen, also eine aus CDU, CSU, SPD, Grünen und FDP gebildete Einheitsfront, die sich verzweigt hat über ihre loyalen Leute in die oberen Institutionen der Republik, die also auch in den Sendern natürlich ihre Netzwerke hat und ihre mit dem richtigen Parteibuch versehenen Chefs. Und ich finde das Hauptproblem und da wird glaube ich der Wechsel eines Generalsekretärs gar nicht viel bringen. Das Hauptproblem für Herrn Merz ist, wo ist eigentlich seine Profilierungsmöglichkeit, wenn er sagt, alles was nicht zu dieser Einheitspartei gehört, diesem Fünf-Parteien-Regenbogen, den wir da haben, alles das sind nicht-demokratische Parteien. Und das ist tatsächlich die Sprachpraxis. Also ich habe nochmal nachgeschaut hier in Stuttgart, da wurde ja gerade ein Gesetz verabschiedet, um die Schöffenwahl mit einem neuen Paragrafen zu versehen, nämlich Schöffe kann jetzt nicht mehr werden, Zitat, Wer keine Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche und demokratische Grundordnung des Grundgesetzes eintritt. Und bei der Gelegenheit haben dann mehrere Abgeordnete der Fraktionen dieser Schwarz-Rot-Gelb-Grünen Einheitspartei, haben dann über sich selber gesprochen in dieser Landtagsdebatte, als wir sind die demokratischen Fraktionen. Also Linke und AfD sind keine demokratischen Fraktionen. Jetzt frage ich mich, wie wird das dann enden? Also kann man dann künftig nur noch als CDU in diesem Fünferlager koalieren und alles andere ist undenkbar? Und wie stellt man sich dann eine Machtoption vor? Und vor allem, wie stellt man sich vor, der Bevölkerung eine echte Politikalternative darzustellen? Vielleicht muss man doch darauf hoffen, dass Frau Wagenknecht eine gute Parteigründung gelingt. Also was Sie über die Linken gesagt haben, das trifft ja nur zum Teil zu, denn die werden ja nicht nur wählbar und sind natürlich super Demokraten in den Augen von FDP Lindner und anderen, die ja mittlerweile so weit gehen, die Linke zu wählen zu empfehlen und bloß die AfD zu verhindern. Hingegen will die Thüringer Linke AfD-Kandidaten von den Landratswahlen ausschließen. Also letztlich geht es doch nur um die eine Partei, nämlich die AfD, die unter allen Umständen klein gemacht und klein gehalten werden soll. Aber das funktioniert offenbar doch nicht, denn mittlerweile sind wir bei über 20 Prozent. Auch ein Herr Ramelow, in Thüringen ist beobachtet worden vom Verfassungsschutz und hat ein massives Dossier über sich angehäuft gesehen. Das heißt also, die Deklaration über die Verfassungsschutzorgane zu sagen, das sind Radikale, das sind Extremisten, die trifft durchaus nicht nur die AfD. Das kann auch andere treffen. Ich glaube, das Problem, das die CDU hat, sie hat da fleißig an dieser Brandmauer nach rechts mitgebaut und sie befindet sich jetzt diesseits der Brandmauer zusammen mit anderen Parteien, die vielleicht jetzt noch ihre Freunde sind, die aber irgendwann mal nicht mehr die Freunde sein werden. Aber sie können nicht mehr ausbrechen, weil sie ja diese Mauer gebaut haben und sie können sich nicht mehr zusammenschließen mit jemandem, der potenziell ein Partner sein könnte. Das ist ja die Dummheit von Friedrich Merz. Er hat sich von der anderen Seite vom grünen Spektrum vorschreiben lassen, wo er sich abgrenzen muss. Und da hängt er jetzt. An dieser Mauer verhungert doch nicht die AfD. An dieser Mauer verhungert gerade die CDU und Friedrich Merz. Er hat keine Machtoption. Er muss bei den Grünen sich einschleimen und bei der SPD kuschen, weil er die halt braucht. Ja, aber das kann sehr gefährlich werden, weil viele, die die AfD heute wählen, wählen sie als reine Protestpartei. Das ist ja auch demoskopisch gut belegt. Dass ein Großteil der AfD-Wähler sagt, wir machen das nur aus Protest und die größte Partei, die der Nichtwähler, sieht sich gar nicht mehr repräsentiert. Wie soll denn dann diese Demokratie auf Dauer funktionieren? Dass also 50 Prozent der Bevölkerung, die zufrieden sind mit der großen Einheitspartei, die ideologisch eher grün- und sozialdemokratisch dominiert ist, die machen dann die Bundespolitik und die Landespolitik unter sich aus und die anderen dürfen Opposition machen oder nicht wählen. Also ist das die Zukunft, frage ich mich? Jetzt ist es ja auch nichts verkehrtes, aus Protest zu wählen, denn dafür sind Wahlen unter anderem da. Und was soll man denn anderes machen, als zu protestieren, wenn wir solche Zustände im Land haben, wie sie es sicherlich auch, vielleicht nicht gerade in den Mainstream-Medien, aber doch über YouTube-Videos und andernorts jetzt vielfach gesehen haben in letzter Zeit. Die Clans, die sich da im Ruhrgebiet geprügelt haben, die Rangeleien, heißt es ja immer so, verniedlichend, in den Freibädern, mittlerweile gibt es gar keine Bademeister mehr, die sich dem aussetzen wollen und die Polizei muss die Bäder schützen, dann dieses unselige Eritrea-Festival in Gießen, von dem wir alle tatsächlich auch dann gehört haben, nachdem sich die Polizei ermannt hat, zuzugeben, dass da was ist. Vorher waren es ja Fake News, bitte verbreiten Sie keine Fake News über irgendwelche Gewaltanhandlungen in Gießen, aber innerhalb von wenigen Stunden hat sich das dann umgedreht. Übrigens Eritrea, wieso kämpfen eigentlich in Deutschland die Eritreer, also sowohl die Anhänger des Regimes dort als auch die Verfolgten gegeneinander? Diese Frage kann ich gerne versuchen zu beantworten. Das Eritrea-Festival gibt es seit einem Dutzend Jahren, wird finanziert und betrieben oder angestoßen von dem Frankfurter Konsulat Eritreas. Kann man schön finden, kann man schlecht finden, machen auch Chinesen, machen Polen, machen Amerikaner, alle machen da so für ihre Landsleute ein friedliches Fest. Das war innerhalb einer abgeschlossenen Region, nämlich auf einem bewachten Festival. Und dann kam Herr Grote, ein Abgeordneter der Grünen, da im Gießener Stadtrat und hat dagegen gehetzt und Gegner dieser Regierung um sich geschah, um die Regierungsfreunde da verprügeln zu lassen. Also jetzt muss man mal sagen, über die Militärdiktatur in Eritrea will ich mich nicht äußern, aber von ihr geht nicht der Konflikt aus, sondern von einem moralisierenden Dumpfbacke der Grünen, der Menschen aufhetzt bis hin zur Morddrohung und sagt, prügelt die raus. Und der Bürgermeister von Gießen war da auch dabei. Also da hat man so eine Art Moralisierung betrieben und hat buchstäblich die Menschen aufgehetzt mit Stahlstangen auf die anderen einzuprügeln. Das war nicht die Masse der Leute, die es getan haben, sondern es war ein moralisierender grüner Politiker, der jetzt abtaucht. Er hat sich an die Spitze der Terroristen gesetzt. Donnerwetter. Ich kenne diesen Vorgang nicht, aber was mich tatsächlich sehr nachdenklich gemacht hat, sind die Aussagen von Herrn Rettinghaus. Das ist der Polizeigewerkschaftspräsident in NRW. Der hat die Clan-Konfrontationen, die Herr Müller-Ulrich erwähnt hat, kommentiert. Und er hat gesagt, man stieße dort auf patriarchale Familienstrukturen, so nannte er das, und auf Familien, die funktionieren wie Kleinstaaten und die auch keine säkulare allgemeine Gesetzgebung akzeptieren würden für die Regelung ihrer Angelegenheiten, sondern dann, wie es ja auch tatsächlich geschehen ist, auf einen Friedensrichter vertrauen, dem sie sozusagen weltanschaulich vertrauen können. Und Herr Rettinghaus sprach davon, dass das so etwas wie Staaten im Staate sind und ein ganz neues Phänomen, auf das die Polizei sich erst noch einstellen muss. Aber wir erleben doch genau die Entstaatlichung Deutschlands. Wir machen jetzt in Berlin, da fangen wir an, beim Betreten eines Freibads brauchst du einen Personalausweis. Also wir sind nicht in der Lage, den Zugang zu Deutschland mit einem Personalausweis zu kontrollieren, aber innerhalb der Bäder. Wir haben unsere Weihnachtsmärkten und Volksfeste abgeriegelt wie Hochsicherheitsanlagen. Wir verlegen die Grenzen nach innen. Gleichzeitig erleben wir bei Klimaklebern, dass der Staat die Klimakleber betüttelt, behätschelt, in der Kälte wärmt, in der Wärme kühlt, ihnen sorgfältig die Pfötchen wieder vom Asphalt runternimmt und diejenigen bestraft, denen die Hutschnur platzt und diese Klimakleber als das bezeichnen, was sie sind, nämlich fiese, kleine, verwöhnte Terroristenfratzen. Also die Klimakleber werden auch vom Rechtsstaat verfolgt, hätte ich je. Da kann ich so nicht stehen lassen. Also das überzeichnen sie jetzt, finde ich, deutlich. Ja, das ist ja auch ein bisschen polemisch. Also man verfolgt sie natürlich und gibt ihnen so kleine Strafen auf Tagessätzen, die auf ihrem Taschengeld berechnet werden, dass sie von ihren Eltern erhalten und das dann von Organisationen aus den USA finanziert wird. Das ist doch die Wahrheit. Aber es gibt auch Verwaltungsgeneralverfügungen, die eine Blockade von einem Flughafen zum Beispiel generell ausschließen und das ist sehr schnell passiert, innerhalb von wenigen Stunden. Das ist ein Eingriff in die Flugsicherheit, die ist von vornherein mit bis zu fünf Jahren strafbar und die Kerlchen, die das in Dresden und Leipzig gemacht hat, laufen immer noch freiherum und die, die es jetzt in Hamburg und Düsseldorf gemacht haben, wurden noch am selben Abend wieder freigesprochen. Der Staat hat kapituliert vor terroristischen Gruppen, so wie er sich von Clans terrorisieren lässt, von grünen Abgeordneten in Gießen und anderswo. Der Staat hat es aufgegeben, Recht und Ordnung durchzusetzen oder bloß nur pro forma, indem die Kinder wie in Zült von der Polizei dann zum Bahnhof eskortiert werden, damit sie den letzten Zug nach Hause erwischen, nachdem sie ein Flugzeug zerstört haben. Ein Flugzeug, das übrigens auch als Rettungsflugzeug im Einsatz war, jedenfalls medizinische Geräte oder auch Patienten transportiert hat. Ja, das wurde also nicht nur beschmiert, wie es dann hieß, sondern es ist tatsächlich zerstört worden. Es ist zerstört worden, weil diese Farbe in die Triebwerke und in diese ganze Mechanik eindringt, das muss man sich vorstellen, komplett auseinandernehmen und wieder komplett neu zusammenzubauen. Ha, 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 das finden wir alles so nett und schicken die Kinder nach Hause und geben ihnen 60 Euro Strafe mit. Das ist dann der Rechtsstaat. Die Sache hat übrigens einen Nebeneffekt, den viele nicht wissen. Ich will es mal kurz darstellen. Wir haben ja so ein Abkommen unter anderem mit Amerika, dass wenn man innerhalb von Europa umsteigt, innerhalb der Transitzone eines Flughafens bleibt, dann wird man ja nicht nochmal kontrolliert. Aber die Voraussetzung ist, dass diese Flughäfen alle sozusagen super sicher sind. Und die Amerikaner, die passen da jetzt schon ein bisschen drauf auf und ich nehme an, bei den nächsten Verhandlungen, da wird das zur Sprache kommen, wenn das nämlich offensichtlich so leicht ist, über Flughafenzäune zu steigen, sie zu zerschneiden, aufs Rollfeld zu gelangen. Ich meine, dieses ganze Affentheater, dass jeder normale Passagier im Innern des Flughafens über sich ergehen lassen muss, das wird ja einfach dementiert durch die Tatsache, wie leicht das geht. Es gibt dazu auch ein EU-Abkommen und es kann durchaus sein, wenn die EU-Kommission ihren Job mal ernst nehmen würde, müsste sie Deutschland verklagen, denn die deutschen Flughäfen sind offensichtlich nicht sicher. Es reicht eine Drahtschere, ich kann aufs Flugfeld, ich kann da auch ganz andere Dinge machen. Es ist offensichtlich eine Sicherheitslücke, die nicht abgestellt wird und die Polizei, die geht dann sehr ruhig her und braucht ein paar Stunden, um die dann wieder wegzunehmen. Es kann auch sein, dass die USA, die seit 9-11 ein bisschen empfindlich sind, was Flieger betrifft, dass die USA zum Beispiel das Anfliegen und das Ankommen von Flugzeugen von und nach Deutschland einfach untersagen. Und das würde ich verstehen, denn ein Land, das sich von Terroristen auf der Nase herumtanzen lässt, ist nur noch sowas wie Somalia und da passt man eben ein bisschen besser auf. Da hätten die Klimakleber ja schon ein Ziel erreicht, nicht eine Reduzierung des Flugverkehrs. Ich finde den Ausdruck Terroristen in diesem Zusammenhang wirklich weit, weit überzogen. Wir haben es hier mit im besten Idealistenalter der Jugend verblendeten Leuten zu tun, die leider viel zu viel Geld offensichtlich im Hintergrund haben. Aber Terroristen sind das nicht, das sind politische Extremisten. Und eine Frage hätte ich nochmal an Herrn Tichy. Ich habe nicht ganz verstanden, inwiefern ist das ein Rückbau oder ein Abbau des deutschen Staates, wenn ich jetzt bei einem Besuch im Freibad einen Personalausweis vorzeigen muss. Für mich ist das das genaue Gegenteil. Das ist die Sicherheitsregulierung eines Alltagsvollzugs. Wir haben wieder Fantasieäußerungen gehört, die in Richtung Überwachungsstaat gehen. Man müsste vorher schon wissen, in jedem Freibad, wer dort nun hinkommt. Deswegen solle man das online buchen, wie in Corona-Zeiten. Das ist für mich die Reaktion auf Versäumnisse der Innenpolitik durch ein immer neues Sicherungsagieren des Staates. Man muss durch immer neue Ringe hüpfen, um überhaupt im Alltag noch als Bürger seinen Verrichtungen nachzugehen. Ich sehe da überhaupt keinen Abbau des Staates. Ich sehe da einen gefährlichen Aufbau. Ja, aber Roland Tichy hat ja sicherlich nicht für das Vorzeigen von Personalausweisen am Schwimmbadeingang plädiert. So habe ich ihn verstanden. Ich sage, wenn wir die äußeren Grenzen Deutschland so schützen würden, dass man den Personalausweis vorzeigen muss, um ins Land zu kommen, dann hätten wir diesen Terror nicht. Wir haben die äußeren Grenzen einfach abgeschafft und müssen jetzt innere Grenzen errichten und kontrollieren vom Weihnachtsmarkt bis zum Freibad mit Ausweis. Das ist doch der Punkt. Der Abbau des Staates findet an den Außengrenzen statt. Und ich würde ja vorschlagen, wenn wir ganz Deutschland zum Schwimmbad erklären, können wir vielleicht bitte unsere Außengrenzen sichern. Okay, das ist schon mal ein Vorschlag. Aber haben Sie mal gesehen, wer da den Ausweis kontrolliert? Also ich habe da ein hübsches Video gerade anschauen können und das ist ja schon interessant. Also Familie Schmidt mit Kinderwagen und allem Anhang und Badetüchern muss jetzt die Taschen öffnen. Es geht ja nicht nur darum, dass die Personalausweise vorgezeigt werden, sondern vor allem müssen die Taschen kontrolliert werden. Und das erinnert mich so an gewisse Szenen, die wir beim Flughafen haben. Da müssen ja die Flüssigkeiten kontrolliert werden. Und dann kommt da eine Schar von zwölf katholischen Nonnen, die fliegt nach Rom und natürlich müssen auch deren Wasserflaschen weggeworfen werden und ihre Handtaschen müssen inspiziert werden. Und alles dies, weil Leute, die sicher nicht Nonnentracht trugen, den Flugverkehr bedroht haben. Und genau so was haben wir ja jetzt wieder. Denn die Herrschaften, die da für die Kontrolle angestellt werden, die sagen, wir es ganz klar, erstens, sie sind Migranten und es ist derselbe Typus, der auch am Flughafen kontrolliert. Also mittlerweile weiß man ja, wie es dazu geht. Manche Leute sagen ja, das ist der entscheidende Punkt. Also ich lasse mich jetzt doch nicht von solchen Leuten kontrollieren, bloß weil ich ins Schwimmbad gehen will. Und das wiederum ist das, was vermutlich der AfD großen Zulauf bescheren wird. Noch eine Gemeinsamkeit zwischen Flughäfen und Freibädern. Beide sind von Maschendrahtzäunen umschlossen, die man ja mit einer Drahtschere kurz durchdringen kann. Richtig. Also so viel zu dem voraussichtlichen Erfolg der Einglasskontrollen. Und ich könnte es auch noch weiterführen und die Züge erwähnen, als wir nämlich nur Zug fahren durften, als wir diese verdammten Corona-Codes da vorzeigen mussten, wegen Impfung und Testung und bla. Da waren es natürlich auch wieder dieselben Herrschaften, die die Zugpassagiere kontrolliert haben und da manchmal recht rüde wurden. Ja, aber da merkt man doch, wie diese Gesellschaft zerfällt. Sie zerfällt in einen Flickenteppich von da kannst du dich noch bewegen, da darfst du nicht mehr hingehen, da musst du deinen Ausweis vorzeigen. Freiheit war mal etwas anderes und sie ist abgeschafft worden im Zuge der Massenmigration 2015 folgende. Und ich möchte noch einen Satz sagen zum Klimaterrorismus. Terrorist ist vielleicht ein harter Begriff, gebe ich zu. Terrorist ist jemand, der den anderen mit dem Leben und dem Tode bedroht, um seine Ziele durchzusetzen und das tun solche Leute, die sich auf Flughäfen bewegen mit dem Ziel, den Flugverkehr zu stören und zu gefährden. Da würde ich Ihnen widersprechen, Herr Tichy. Das sind liebe Idealisten, Sie sind der deutsche Idealist. Ich habe das nicht auf diese Weise verharmlost, das ist jedenfalls nicht meine Absicht, aber ein Terrorist ist, wie der Begriff sagt, ist jemand, der Terror verbreitet, also der Furcht und Schrecken verbreitet und ich glaube, da traut man Ihnen etwas zu viel zu. Also Angst und Schrecken verbreitet das nicht, wenn ich hier in Berlin auf die Autobahn fahre und mich frage, ob ich vielleicht gleich anhalten muss, weil da einer klebt. Das ist ein Ärgernis, aber nicht Angst und Schrecken. Dann schauen Sie sich mal die Kinder an mit den langen Bärten, sind alle zwischen 30, 40, 50 und 60, da werden ein paar Kinder immer vorgeführt. Das ist eine organisierte, von Ausland mitfinanzierte Organisation, die streckenweise immer wieder das Leben in diesem Land lahmlegt, Menschen gefährdet, Flugverkehr gefährdet und dann mit 40 Euro Strafe davon kommt. Also wir können uns ja vielleicht hier zumindest für diesen Zweck auf Klima-Extremisten einigen, die sicherlich auch manchmal Furcht und Schrecken verbreiten, vor allem bei den Leuten, die möglicherweise in einem Rettungswagen halbtot liegen und jetzt kommt der nicht weiter. Also wir können uns die Beispiele alle noch um die Ohren schlagen, aber ich habe auch gerade ein Video gesehen, muss ich wirklich sagen, da wurde ein Lastwagen aufgehalten und dieser Lastwagen, der gehört einer Firma, die Essen auf Rädern bringt. Und ich habe nun zufällig eine Mutter, die angewiesen ist auf das Essen auf Rädern. Also das ist dann schon so ein Rettungswagenbeispiel. Das ist alles völlig unvertretbar und das ist auch unerträglich, wenn so getan wird, als wenn man sozusagen diese Hysterie, in die die jungen Menschen dort geraten sind, quasi implizit legitimiert, indem man sagt, naja, die machen das ja irgendwie für eine gute Sache und es ist ja schön, dass sie sich einbringen in die Demokratie. Das ist natürlich eine Verharmlosung von Straftaten, überhaupt gar keine Frage. Aber mit dem Begriff Terrorismus muss man vorsichtig sein. Ebenso finde ich, dieses immer wieder zurückzukommen auf diese Migrationskrise 2015, 15, 16 irgendwie als den Anfang des Untergangs des Staates, das empfinde ich auch als zu einfach, aber das werden wir vielleicht heute nicht mehr ausdiskutiert bekommen. Nein, das werden wir nicht ausdiskutiert bekommen, aber ich habe es leid, das immer alles zu beschönigen und es sind alle so süß und die haben alle so gute Absichten und es sind alle so lieb. Herr Andrick hat ja schon eingelenkt, Herr Tichy. Ja, ja, nein, man muss einfach auch mal die Verantwortung belegen und dieses Land hat sich sehr zum Negativen entwickelt, wie man an jedem Freibadeingang sehen kann. So, letzte Frage für heute. Was wird aus dem Selbstbestimmungsgesetz? Man hört gar nichts mehr davon. Fäser hat es gestoppt in der letzten Sitzungswoche. Kommt das alles dann im Herbst zusammen mit dem Heizungshammer? Tja, ich nehme an. Ich meine, die wollen ja diese Revolution gegen den Bürger und zugunsten einiger weniger Minoritäten die Mehrheit ja, was darf ich jetzt sagen? Terrorisieren, darf ich nicht mehr sagen? Tyrannisieren, Volkserziehung, alles Mögliche und Kinder in Kindergärten manipulieren und bestimmten Figuren da den Zugang in die Datums in den Kindergärten erlauben. Ich überzeichne jetzt bewusst ein bisschen. Man will diese Bevölkerung ordentlich an der Nase herumschubsen und ich glaube, das hören die nicht auf. Ja, so sind sie nicht in der Lage zu erkennen, was sie da tun. Aber es gibt immer noch eine Menge, die gut und gerne hier leben und kommen auch immer mehr herein. Die geflüchteten Ukrainer wollen, habe ich gelesen, nach einer Umfrage jetzt zur Hälfte für immer oder jedenfalls noch einige Jahre hier bleiben. Das hat man auch schon aus Österreich gehört. Da gab es eine Umfrage, der zufolge nur noch 13 Prozent der ukrainischen Frauen wieder zurück in ihr Heimatland möchten. Also irgendwie ist es dir doch nicht so schlecht, oder? Das kann man ihnen doch nicht verdenken. Schon vor dem Krieg haben sie, also vor allem in Portugal, Spanien, Italien in der Gastronomie, das waren unglaublich viele Ukrainer, die dort gearbeitet haben. Die Ukraine war nie ein reiches Land. Die Ukraine war immer ein Land, wo junge Leute versucht haben, im Ausland sich einen besseren Job zu verschaffen und Geld nach Hause zu schicken. Egal wann und wo und wie dieser Krieg endet, wird dieses Land noch ärmer sein, noch zerstörter sein, noch kaputter sein. Welchen Anreiz habe ich denn da zurückzugehen? Also man kann es wirklich nicht verdenken, man kann es nur unserer Politik und unseren Medien verdenken, die das nicht gesehen haben, was ganz offensichtlich ist. Also wenn ich meine Familie in der Ukraine gehabt hätte, Anfang letzten Jahres, dann wäre ich jetzt auch in Deutschland und ich würde wahrscheinlich zu denen gehören, die auch sagen würden, ich möchte nicht zurück und ich habe volles Verständnis für diese Menschen und die Aufgabe für unsere Gesellschaft ist jetzt, ihnen eine produktive Integration zu ermöglichen, wo sie es nicht selber aus eigener Kraft schaffen können und da haben wir ja tatsächlich aus der Bevölkerung heraus enorme Solidaritätsbekundungen gesehen und nicht nur Bekundungen, sondern ich meine, Menschen haben ihre privaten Räumlichkeiten aufgemacht und haben Menschen in ihre Wohnungen und Häuser eingeladen, die sie vorher noch nie gesehen haben. Ich glaube, auf diese menschliche Solidarität kann man dann auch ein bisschen stolz sein. Das ist alles richtig, was Sie sagen, nur auf Dauer, wenn diese Ukrainer bleiben, dann werden sie eine eigene Wohnung wollen und nicht mehr bei jemandem auf dem Wohnzimmersofa schlafen können. Und dann stellen sich halt die Probleme, wo wohnen die, wo kriegen sie einen Arzt, wo kriegen sie einen Kindergartenplatz, wo kriegen sie die Lehrer her für die Schulen. Das sind ja die Probleme, die kommen. Wir reden ja nicht von ein paar hundert Leuten. Vielleicht nehmen wir das ja mal zum Anlass, wieder Innenpolitik zu machen und in die Dinge zu investieren, die tatsächlich für das Wohlergehen einer Bevölkerung von Bedeutung sind. Nicht die Möglichkeit, einmal im Jahr seine Geschlechtsidentität neu eintragen zu lassen, sondern saubere Klos auf den Schulen zum Beispiel. Da wäre ich ja dafür und ich darf daran erinnern, dass im Zuge des Kosovo-Krieges und der Auseinandersetzung im zerfallenden Jugoslawien 450.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, die nach dem Ende der kriegerischen Konflikte fast alle wieder zurückgewandert sind. Und das ist das, was wir bei der Ukraine erwarten könnten, wenn es dort einen wirklichen Frieden gäbe, dass dann Menschen auch wieder ein Stück zurückwanderen. Das ist das Normalste der Welt, solche Wanderungsbewegen. Und mit Kriegsflüchtlingen habe ich große Sympathie. Das ist ja auch ein großer Unterschied zwischen Ukrainern und Arabern und Afrikanern und Pakistani und all denen, die hier mit ganz anderen kulturellen Vorzeichen zu uns kommen. Aber für die Ukraine gilt selbstverständlich der Frieden und darüber reden wir ja auch jede Woche hier fast, ist die Voraussetzung. Ganz herzlichen Dank, das war die Sonntagsrunde am 16. Juli 2023 diskutiert haben Michael Andrick, Wolfgang Keudel und Roland Tichy und jetzt wünsche ich allen einen schönen Sonntag. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Bis zum nächsten Mal.